Im Büro, in der Schule, an fast jedem Arbeitsplatz gehen Mappen, Ordner und Co. von Hand zu Hand. Dabei bieten unbehandelte Oberflächen einen regelrechten Nährboden für Bakterien, Viren und Pilze. Wir riskieren deren weitere Verbreitung bei jeder Weitergabe der Mappe. Um die Gesundheit unserer Kollegen und Mitmenschen nicht zu gefährden, ist es unerlässlich geworden, diese Form der Ansteckung zu vermeiden. Hierfür hat Exaconta jetzt eine regelrechte Schutzbarriere in seine Produkte eingebaut. Denn die Produktreihe CleanSafe ist mit einer antimikrobiellen Wirkung ausgestattet. CleanSafe-Ringbücher, Mappen, Schubladenboxen und Papierkörbe schützen effektiv vor einem Kontakt mit Bakterien, Viren und Pilzen. Wie funktioniert das Ganze? Das Material, also der Karton bzw. Kunststoff, wird mit einem antimikrobakteriellen Zusatzstoff behandelt. Dabei handelt es sich um ein quaternäres Ammoniumbiozid oder Silberionen, welche die Verbreitung von Bakterien zu mehr als 99% verhindern. Der Zusatzstoff ist farblos und geruchsfrei und gewährleistet eine anhaltende Wirksamkeit auf den Produkten. CleanSafe ist zudem eine umweltfreundliche Range. Die aus Karton gefertigten Produkte sind FSC-zertifiziert. Deren Karton stammt also aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und die aus Kunststoff hergestellten Produkte wurden aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff gefertigt. Woran lassen sich CleanSafe-Produkte erkennen? Ein Aufdruck oder ein Etikett auf den Produkten weist auf die antimikrobiellen Eigenschaften und den verwendeten Zusatzstoff hin. CleanSafe bietet so eine hygienisch sichere Lösung zur Organisation des Büroalltags. für die Ablage und Archivierung von Dokumenten in gemeinsam genutzten Bereichen sowie für den geschützten Austausch zwischen Mitarbeitern. Exacomter – klare Ideen, um weiterzusehen.